So, und heute geht's durch Bremerhaven. Das Schöne am Bremerhaven ist ja, dass es eine Stadt, die auch sehr viel auf Kunst aufbaut. Sprich, man kann nirgendwo lang gehen, ohne dass man irgendwelche Statuen sieht, man kann viele Museen besuchen, es ist viel auf dem Tourismus aufgebaut, sagen wir es mal so. Und daher, man kann eigentlich nirgendwo lang laufen, ohne dass... Oh, Kunst! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020